Vor drei Monaten gab ein spanisches Museum ein Goya zum Restaurieren. Das Gemälde verschwand spurlos. Und es gibt Terroristen, die damit eine globale Revolution finanzieren wollen. Unzählige Leben stehen auf dem Spiel. Und Sie möchten, dass ich es finde? Sie haben es erfasst. Was springt dabei für mich raus, wie es so schön heißt? Tun Sie es für Königreich und Vaterland. Nein! Na gut, Königreich und Vaterland, Reisespesen und Zuschläge nach Aufwand. Gut. Ich bin Lord Charlie Mordecai. Angesehen bei allen, die mich... ...ein wenig kennen. Ausgezeichneter Schuss, Sir! Sanitäter! Ich bin Kunsthändler und Experte. Meine Gattin Joanna. Die Liebe meines Lebens. Ich dachte, ich schau mal nach, wie Ihr Geheimdienstleute die Welt regiert. Ich fürchte, ich muss jetzt ein Machtwort sprechen, Schatz. Wie bitte? Natürlich nur mit einer Erlaubnis. Jock ist mein Hausdiener und kümmert sich um all unsere dringlichen Geschäfte. Gut gemacht, Jock! Außerdem stehe ich am Rande des Bankrotts. Und daher brauchen wir einen teuflisch cleveren Plan, um unsere Prämie zu sichern. Wir schnappen das Gemälde, wenn keiner guckt. Genial! Sie gehen nach Amerika und tun alles, um das Bild wieder zu beschaffen. Ich fürchte, wir sind falsch abgebogen und am Set eines pornografischen Films gelandet. Ich bin Georgina Crank. Sie ist eine berüchtigte Nymphomanin. Wer weiß, vielleicht ist das eine übliche Begrüßung in Amerika. Keine Ahnung. Unentschieden. Da ist eine Karte drin! Karte ist weg! Gefällt mir nicht! Und hier hat man die Leiche gefunden. Was tun Sie da? Nein, ein Stück weiter links. Links. Verzeihung. Entschuldigung, ich meinte rechts. Rechts. Vielleicht... Da! Ach, Tscham!